Bei Weisenburger gefällt mir besonders, dass sich meine Ausbilderin viel Zeit für mich nimmt und immer eine Antwort auf meine Fragen hat. Ich bin Lisa und mache eine Ausbildung zur Bauzeichnerin. Während meiner Ausbildung lerne ich, wie ich maßstabsgerechte Bau- und Ausführungszeichnungen erstelle. Ich arbeite aktiv an aktuellen Bauvorhaben mit und erstelle 3D-Gebäudemodelle auf Basis der Entwurfsskizzen. Ich finde es richtig cool, dass ich nicht nur im Büro, sondern auch auf der Baustelle tätig bin.